Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Subraum Transmission Podcast. Ich habe mir heute weibliche Verstärkung mit an Bord geholt und sage einfach mal nett in die Ferne. Hi Jesse. Hallo Daniel. Na, wie ist die Lage? Ja, soweit so gut. Ich hoffe bei dir auch. Ja, doch, doch, doch. Alles gut. Ja, wir zeichnen heute über die Ferne auf und ja, halt zwecks Corona und so weiter. Bleibt man schön auf Distanz, alles gut. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer du bist, woher wir uns kennen, wie lange wir uns kennen? Okay, ich bin die Jesse. Ich bin 35 Jahre alt, komme aus Netzen, habe Mann und Kind. Ja, woher kennen wir uns? Wir haben uns 1998 kennengelernt, also schon ein paar Tage her in der Schule und ja, sind seit jeher beste Freunde. Ja, richtig. Das sind jetzt gut 22 Jahre. 22 Jahre. Meine Güte. Wahnsinn, oder? Und ja, was vielleicht noch interessant zu erwähnen ist, wir haben damals auch mal, also es ist ja nicht so neu, dass wir in so einer Aufnahmesituation sind. Und zwar ist das ja so, dass wir vor ja fast fünf Jahren haben wir auch mal ein gemeinsames Podcast-Projekt gestartet, sogar schon mit einer eigenen Homepage. Und ja, das ist ja leider damals irgendwie so ein bisschen eingeschlafen aus diversen verschiedenen Gründen. Und ja, wie soll ich sagen? Ich finde es cool, dass wir es jetzt nochmal hier zusammen irgendwie auf die Beine bringen, zumindest mal eine Episode aufzunehmen, vielleicht auch später mal noch die ein oder andere mehr. Ja, wir werden sehen, was die Zeit so bringt. Richtig. Ja, sonst alles gesund und munter bei euch, ja, ne? Ja, ich kann nicht klagen. Das ist schön. Das freut mich. Ist ja im Moment wirklich eine aktuell ziemlich doofe Situation. Wir zeichnen heute auf am 31.10., sprich wir haben heute Halloween. Genau. Und das Coole ist noch an der Geschichte heute ist, wir haben heute auch noch den Blue Moon. Wer von euch weiß, was der Blue Moon ist? Er ist nicht blau. Schade. Ich dachte, jetzt steht da Rocky und sagt sowas wie, da ist ein blaues Licht. Was macht der? Er leuchtet blau. Nee, okay. Nein, Blue Moon, einfach erklärt, nennt man das Phänomen, wenn der Vollmond zweimal in einem Monat zu sehen ist. Und zwar ist das genau heute der Fall und ich glaube, am 1. Oktober war es der Fall. Das ist korrekt. Ja, wunderbar. Siehst du, haben wir das doch auch schon erklärt. Das ist doch hier der Wissens-Podcast. Aus dem Siegerland. Aus dem Siegerland. Ganz wichtig. Da bestehe ich drauf. Ja, hast du es dir denn gemütlich gemacht? Hast du was zu trinken? Ja, total. Also ich bleibe heute mal alkoholfrei. Heute gibt es Sprite. Sprite. Okay. Ja, ich habe mir ein Bierchen aufgemacht. So ganz klassisch, wer mich kennt, weiß, ich trinke ganz gerne das Mönchshof Original. Ja, sowas zum Beispiel. Ganz lecker. Entschuldigung. Wir haben uns natürlich was Technisches überlegt, auch für heute, weil es geht ja eigentlich immer hier um Technik. Und da haben wir so eine, ich sage mal, eine Schnittmenge gefunden, die uns beide irgendwo betrifft und auch interessiert und wo wir regelmäßiger Anwender für sind oder Anwenderin für sind. Und zwar haben wir uns heute überlegt, wir möchten ganz gern mal über die Alexa sprechen. Nein, wir meinen jetzt nicht die liebe Alexa vom Hosella-Podcast. Wir reden vom Echo Dot von Amazon. Jessi, wie viele hast du denn da mittlerweile im Einsatz? Ich habe mittlerweile drei Stück im Einsatz. Das ist dem Prime Day geschuldet. Da war der vor gar nicht allzu langer Zeit richtig preiswert im Angebot. Da musste ich zuschlagen. Ja. Und ja, ich nutze ihn jetzt im Wohnzimmer, im Kinderzimmer und im Schlafzimmer. Okay. Anwendungsfall wäre jetzt so ganz klassisch Hörspiele oder Musik? Ganz klassisch Hörspiele im Kinderzimmer, Musik, Radio, also Nachrichten. Ich bin nicht diejenige, die jetzt aktuell das Licht damit an- und ausschaltet. Ja, ich nutze das tatsächlich für Rezepte, für die Einkaufsliste, für den Wecker, den Timer, wenn ich einen Kuchen im Ofen habe, für solche Sachen. Okay. Ja, ich habe auch drei Stück im Einsatz. Eine hatten wir vor geraumer Zeit schon mal gekauft, damals noch zum regulären Preis. Da lag die, glaube ich, bei, lass mich nicht lügen, 48 Euro, meine ich, wäre der Preis für einen Echo Dot in der dritten Generation gewesen. Und wie du gerade sagtest, am Prime Day, da haben wir auch dann zwei Stück gekauft. Das war ja wirklich ein krasser Preis. Da hast du ja zwei Stück bekommen zum Preis von, glaube ich, 38 Euro. Genau, der kostete 19,98 Euro, habe ich im Kopf. Genau. Da habe ich halt auch zugeschlagen, weil ich mir dachte, hey, komm, da kann man dann in ein paar Monaten ein paar coole Sachen mitmachen, weil, wie gesagt, mein Anwendungsfall wird halt wirklich eher in Richtung Smart Home gehen. Wer mich kennt, weiß, ich bin so ein kleines Spielkind. Und, ja, was jetzt so als nächstes kommt, ich möchte gerne so ein bisschen Beleuchtung damit steuern. Und ich denke mal, damit werden wir dann einsteigen in die Geschichte. Und, ja, ich würde sagen, wir haben uns auch so einen kleinen Kameraden mal mit an Bord geholt, oder? Wollen wir mal Hallo sagen? Machen wir mal, oder? Computer? Ach, du steuerst die mit Computer. Wie geht es dir? Gut. Danke. Das ist doch wunderbar. Computer, schön, dass du da bist. Danke. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, da sind wir doch hellauf begeistert, würde ich sagen. Also, man sieht schon, man kann mit dem Gerät noch podcasten. Ja, ich finde es toll, dass die Alexa sich darüber freut, bei uns zu sein, ne? So, sie könnte noch ein bisschen an ihrer Emotion oder an den Ausdrücken ihrer Emotion arbeiten, aber auch da sind sie wohl gerade im Moment schon dran. Richtig. Ich meine, ich finde das ja faszinierend. Guck mal, vor ein paar Jahren. Warte mal, wir haben ja vorhin festgestellt, wir kennen uns ja jetzt schon seit 22 Jahren, sprich 1998, ja. Das war die Zeit, da kam ungefähr, ich glaube, wann war das denn? Im Jahr 2000 rum, da hatten wir schon Computer per Sprache gesteuert. Ich weiß noch, ich hatte, das war so eine ganz komische, ganz komische Software gewesen, die man da eingerichtet hat und da hatte ich noch so ein, das kennst du vielleicht auch noch damals, wo ich noch bei meinen Eltern im Haus gewohnt hatte und da hatten die so ein, hatte ich so ein Startmikrofon ähnliches Ding, so ein ganz dünnes weißes Mikrofonteil für, keine Ahnung, damals 20 Mark oder so. Ich glaube, das war noch Mark und damit konnte man dann schon so die ersten Versuche machen und seinen Computer starten. Und wenn du jetzt überlegst, wir sind ja schon ein paar Jährchen weiter und was heutzutage schon alles möglich ist, mit der Sprache zu steuern. Ich meine, du sitzt heute in deinem Auto, du sagst dann, hey, lieber Assistent, Name XY, navigiere mich bitte an die und die Adresse. Ist doch schon eigentlich eine ziemlich spannende Geschichte, oder meinst du nicht? Ja, auf jeden Fall. Also, ich sage mal so, 1998 hatte ich noch nicht mal ansatzweise ein Handy, ja, womit ich hier irgendwas hätte machen können. Die gab es da ja auch noch nicht. Also, es gab keine Smartphones, so muss man sagen. Nee, nee, Smartphones, ach, davon, darüber, weiß ich nicht, ja, das ist alles ganz weit weg gewesen. Sowas gab es nur im Film. Genau, für die jungen Leute unter euch, wenn Jessie von einem Handy redet, meint sie sowas wie ein prikettähnliches Teil, wo man unten, haltet euch fest, da konnte man so eine Klappe aufmachen, bei den meisten, also zumindest bei den Telefonen, die ich damals hatte, da konnte man so eine Klappe runterklappen und da drunter war eine physikalische Tastatur. Das heißt, man musste da noch richtige Tasten drücken, ja. Richtig. Und damit man einen besseren Empfang hat, musste man oben, ich hatte damals, genau, die Antenne rausziehen. Ich hatte damals ein, ich glaube, das war ein Motorola. Es war ein Motorola. Ja, ein Motorola Trium Galaxy hieß das Teil. Ja, das war so mein erstes richtiges, ja, Handy, Mobiltelefon. Und, ja, erzähl weiter. Ich habe dich jetzt gerade plump unterbrochen hier. Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe daraufhin natürlich auch den Faden verloren. Ich habe gerade keine Ahnung, worauf ich überhaupt hinaus wollte. Du warst dabei stehen geblieben, dass du damals kein richtiges Handy hattest, mit dem ich nicht machen konnte. Ich hatte nochmal, ja doch, ich hatte irgendwann um die 2000er-Wende, kriegte ich mein erstes Handy, das hatte Tasten, es konnte genau 15 SMS empfangen und dann war auch schon wieder vorbei. Aber der Akku hielt auch vier Wochen. Das war der einzige Vorteil. Und es konnte runterfallen und es war noch nicht mal eine Macke dran. Aber egal, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. Ich wollte eigentlich damit sagen, da hätte sich niemand irgendwie vorstellen können, dass es 20 Jahre später Handys ohne Tastatur gibt, Internet am Handy. Weil wenn man früher, ja gut, du vielleicht, Daniel, aber wenn man früher diese kleine Taste am Handy mit dieser Weltkugel auch nur ansatzweise berührt hat, war man die nächsten drei Monate pleite. Ja, genau. Ja, also, und jetzt hat jeder eine All-Net-Flat und keine Ahnung was, das war ja nie vorstellbar. Wir steuern das, ich spreche mein Handy mit Hey Google an oder die Alexa mit Alexa und man kann das nicht über die Sprache steuern, man kann alles über die Sprache steuern. Also, mal mehr, mal weniger gut, aber es ist alles machbar. Das hätte sich vor 20 Jahren keiner so vorgestellt. Ja, da weiß ja auch der eine oder andere, ich komme so aus dieser Generation Star Trek, gerade so The Next Generation. Deswegen war der Gedanke oder die Idee für mich ja gar nicht so neu, dass es irgendwann diese Art Mobiltelefone gibt, wo man dann so rein Star Trek mäßig dann auf so einem Display rumwischen kann. Ja, das ist ja nichts Neues. Für mich gewesen zu dem Zeitpunkt, also es kam nicht wirklich überraschend, als damals Steve Jobs auf die Bühne gegangen ist und hat gesagt, ey, guck mal Welt, ich habe hier ein iPhone und so, ja. Und ja, ich dachte mir so, wow, cool, wurde ja auch Zeit. Die Welt hat darauf gewartet. Also, die Idee war ja im Prinzip wirklich schon länger da. Und zum Thema Star Trek, da habe ich noch was Nettes gefunden. Weißt du, was ein Skill ist? Das sind diese Mini-Apps, die auf dem Echo Dot installiert werden können. Genau, das sind ja quasi solche Audio-Anwendungen, wenn man das so nennen möchte. Und ein Skill ist im Prinzip ja sowas ähnliches, wie als wenn du jetzt über den Play Store oder über deinen App Store, je nach Handy oder Mobiltelefon, deine Apps installierst. Also, im Prinzip ist quasi ein Skill, wäre das, was eine App auf dem Smartphone ist. Das ist so in etwa das Gleiche. Genau. Nur halt Audio. Und da habe ich so als Star Trek-Fan, da hatte ich dann auch mal was ganz Witziges gefunden. Ich möchte das mal ganz kurz zeigen. Das macht, also andere machen ja, um sich zu beruhigen, vielleicht hängt Shui-Musik an oder Meeresrauschen. Und ich mache dann zum Beispiel sowas. Computer, starte den Warp-Kern. Ähm, das klingt so ein bisschen wie Gebärmutter-Geräusche. Ja, das hat ungefähr was davon. Es simuliert quasi den Sound von der Enterprise, den man im Maschinenraum hört. Ist das nicht toll? Ich finde es großartig. Computer, stopp. Und das Schöne ist, es funktioniert einfach. Ist das nicht toll? Meistens, meistens. Manchmal hat die Alexa auch schon Probleme, einen zu verstehen. Ja, das stimmt. Ja. Wie heißen denn deine drei eigentlich? Wie nennst du die? Ähm, Alexa, Alexa und Alexa. Ui. Also, und schon spricht meine im Hintergrund und erklärt mir gerade, dass sie darauf keine Antwort hat. Das ist gut, ja. Das kann ich auch nicht verstehen, dass alle drei gleich heißen. Ja gut, ich meine, ich habe sie in drei verschiedenen Räumen und ich habe am Anfang die im Wohnzimmer anders genannt als die im Kinderzimmer. Ja. Weil ich gedacht habe, dann muss ich mir im Wohnzimmer nicht ständig die Hörspiele meiner Tochter mit anhören, weil sie die dann halt einfach nicht ansteuern kann und sie dann doch vielleicht eher bei sich hört. Hatte aber dann auch das Problem, dann habe ich sie tatsächlich auch Computer genannt. Okay. Finde ich schon mal sehr gut, ja. Und ich fand, auf Computer reagiert sie nicht so gut wie auf Alexa. Okay. Ja, die Erfahrung kann ich jetzt so nicht wiedergeben, aber das mag vielleicht damit zusammenhängen, wo die steht oder so. Ja, oder vielleicht betone ich das Wort auch einfach nur falsch und sie möchte dann nicht reagieren, aber da hatte ich wirklich das Gefühl, also wenn ich sie mit Alexa ansteuere und daraufhin habe ich es dann auch wieder geändert, hört die mich besser oder reagiert sie besser. Aber lustig, das Phänomen, das hatten wir hier auch und zwar meine Töchter, die haben, die teilen sich ja noch eine, ein Echo Dot, eine Alexa und da war das auch so. Ich hatte die natürlich am Anfang auch Computer genannt, weil ich immer ein Problem damit habe, ja Maschinen menschlichen Namen zu geben. Damit habe ich mich am Anfang wirklich schwer getan. Hört sich jetzt total doof an vielleicht, ich weiß, ja. Aber der Gedanke war halt, dass die Kinder das Gerät nicht zu sehr, wie sagt man so schön, vermenschlichen. Weißt du, wie ich meine? Ja, und deswegen habe ich gesagt, die Maschine nennen wir auch so, wie sie ist. Wir nennen sie einfach Computer. Und bei unserer Kleinsten war das so. Ja, das Mädel ist jetzt sieben Jahre alt und bei ihr ist das so. Sie hatte auch immer ein Problem, wenn sie da halt sie mit Computer angesprochen hat, dann hat sie halt nicht reagiert, komischerweise. Und daraufhin haben wir dann nachher auch einfach das in Alexa geändert. Ja, ja gut. Ich meine, es gibt ja noch mehrere Möglichkeiten. Du kannst sie auch noch ansprechen mit Echo. Genau. Und mit, hilf mir auf die Sprünge, es gibt noch irgendwas, war glaube ich. Amazon. Ach ja, genau. Ja, Amazon habe ich noch nicht ausprobiert. Ich weiß auch nicht. Ich sage ja immer Echo. Für mich ist das ja nicht eine Echo Dot, sondern ein Echo Dot. Weil, weiß ich nicht. Ja, für mich ist es tatsächlich ein Echo Dot. Und ich habe das mal ausprobiert und habe sie dann mit Echo angesprochen. Da reagiert sie gar nicht. Also sie möchte schon Echo genannt werden. Okay, das habe ich noch nicht getestet, um ehrlich zu sein. Wobei ich kurz mit dem Gedanken gespielt habe, die in der Küche unten vielleicht so zu nennen. Ja, ich habe es halt wieder gelassen, weil ich sage halt immer Echo. Das hat sich so bei mir eingebürgert. Ja, wenn falsch, dann richtig falsch. Aber dann bleibt es auch falsch. So. Und ich habe sie mit Amazon noch nicht angesprochen. Nee, ich bis jetzt auch nicht. Also Amazon und Echo hatte ich bis jetzt noch nicht eingerichtet. Gefällt mir aber auch nicht so. Was ich schön fände, wäre, wenn man das, das weiß ich nämlich jetzt gerade nicht, ob das funktioniert, wenn ich ihr quasi wirklich selber einen Namen geben könnte. Was weiß ich, Harry835 oder so. Und ich könnte diesen Namen im Prinzip anlernen. Und darauf würde sie dann reagieren. Das fände ich ziemlich cool, aber das scheint wohl noch nicht zu funktionieren. Oder ich habe den passenden Skill dafür noch nicht gefunden oder so. Ich weiß es nicht. Aber was meinst du? Ich habe das bisher auch noch nicht gesehen. Also es wäre ja schon gut, wenn man ihr, ich sage jetzt mal, auch mal Namen geben könnte, die vielleicht nicht ganz so leicht für die Kinder auszusprechen sind. Weil sie muss, ja natürlich, ich kann den Ton komplett ausstellen oder sie stumm stellen. Ja. Meine Kleine hat relativ schnell rausbekommen, wenn die rot leuchtet, da muss ich erst da drauf drücken. Ja. Ja, also, ich meine, Kinder sind ja auch nicht dumm, ne? Nein, die gucken sich da schnell ab, ja. Richtig. Ja, und sie hört auch zu und kriegt dann mit, okay, die spricht die nicht mehr mit Alexa an. Dann werde ich gefragt, ja, Mama, wo ist die Alexa denn? Ja, weil sie ja nicht reagierte, weil ich, meine ich hier auf, oder umgestellt habe auf Computer. Und dann habe ich ihr versucht, den ersten Abend zu erklären, naja, die Alexa muss ja auch mal einkaufen. Das, ähm. Okay. Ja, hat sie mir den Abend abgekauft, aber den nächsten Morgen beim Frühstück, wir, also ich habe so ein Wohn-Esszimmer und wir saßen im Esszimmer und wollten frühstücken. Dann mache ich uns Radio an. Ja. Und dann kriegte sie mit, oh, Mama sagt ja jetzt gar nicht mehr Alexa, die sagt Computer, ja, dann, okay. Ja. War das schnell durchschaut. Richtig. Ja, und dann, ähm, hat sie die natürlich auch wieder direkt angesteuert. Und ich musste wieder Bibi und Tina hören. Das ist okay, aber halt nicht permanent. Ja. Und das, das ist jetzt auch der Grund, äh, die kurze hat, ist jetzt wie alt, muss ich gerade fragen? Die ist vier. Vier, ja. Und Sprachsteuerung, das klappt ja normal. Ich meine, ich sehe es ja bei unseren auch, die haben das ruckzuck raus. Ähm. Hast du denn eine bei ihr im Zimmer stehen? Ja, ne? Ja, 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 ja. Im Kinderzimmer steht eine, habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Genau. Stimmt. Entschuldigung. Das war, also ich sage mal so, das war beim Prime Day mit der ausschlaggebende Punkt, also zum einen war sie sehr günstig, zum anderen habe ich gedacht, ja, super, dann kriegt sie jetzt ihre eigene anstelle des Radios. Du, darf ich kurz, kurz unterbrechen? Du wolltest doch, glaube ich mal, da gab es mal irgendwas anderes. Du wolltest doch mal irgend so ein Gerät kaufen, wo man, glaube ich, solche, ah, was war das denn, solche Figuren? Die Tonys. Genau. Ich wollte, ich wollte eine Tonybox kaufen, das heißt, eigentlich hat sie sich eine Tonybox gewünscht. Und ich weiß nicht, ob ihr die Tonybox kennt, das ist so ein Vierecke, also es ist ein Würfel, ein gepolsterter Würfel, wo man kleine Figuren, bespielte oder unbespielte Figuren draufstellen kann, in Form von, ich sage jetzt mal Benjamin Blümchen und da ist eine Folge Benjamin Blümchen drauf. Oder es gibt auch diese sogenannten Kreativ-Tonys, da ist, ich sage jetzt mal, ich weiß es nicht ganz genau, zwei Gigabyte Speicherplatz drauf, wo man, oder die man dann selbst bespielen kann. Ja. So. Ganz ehrlich, also die kleinen, die haben sowas im Kindergarten und sie findet das toll und die kann man antippen, dann wird die laut und leiser und relativ unzerstörbar. Läuft auch mit Akku, das heißt, sie ist auch noch transportabel, alles gut, aber ich habe gesagt, für ein Hörspiel von Benjamin Blümchen, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Benjamin Blümchen, für ein Hörspiel von Benjamin Blümchen kostet ein Tony 15 Euro, irgendwo so. Wenn sie im Angebot sind, mal 12, 13, aber im Regelfall kosten die 15 Euro für eine Figur, für ein Hörspiel. Wow. Das heißt, ein Hörspiel, da reden wir jetzt von, keine Ahnung, 45 Minuten oder so. Hätte ich jetzt auch so ungefähr gesagt. Wow. Ja, und dafür dieses Geld auszugeben, nicht, dass ich ihr das nicht gönnen würde, aber ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Du hast, also bisher habe ich argumentiert mit, du hast einen CD-Spieler, du hast jede Menge CDs, die kannst du hören, das kaufe ich dir jetzt nicht auch noch. Hm, hm. So, und habe mich dann bewusst dagegen entschieden und dann kam dieser Prime Day mit diesem Angebot, jo, der Alexa kostet keine 20 Euro. Dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ich habe ihr gesagt, du kriegst keine Tony Box, dann kriegst du halt eine Alexa, weil sie hier ganz oft im Wohnzimmer gelegen hat, auf der Couch, ja, macht sich ein Hörspiel an. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe Prime Unlimited, also Music Unlimited gebucht, als Einzellizenz, was bis dato auch kein Problem war. Ich hatte ja nur eine und dann habe ich mich auch nicht weiter damit, ehrlicherweise, beschäftigt, habe aber gedacht, ja, toll, kaufst du jetzt noch welche, also Echo Dots, kriegt sie eine ins Schlafzimmer und kann da, oder ins Kinderzimmer und kann da halt hören, wann immer, was auch immer sie möchte. Ja, da bin ich leider ein bisschen enttäuscht worden, war vielleicht ein bisschen Unwissenheit oder nicht, ja, ich habe mich nicht vorab genug informiert. Das erste Problem, was ich hatte, war, ich musste leider feststellen, dass ich trotz Prime-Mitgliedschaft nicht dazu berechtigt war, Amazon Prime Music auf zwei Geräten gleichzeitig zu nutzen. So, das musste mir dann auch der Kundendienst verraten, den habe ich nämlich dann ziemlich, ich sage jetzt mal erbost oder genervt angerufen, weil es halt nicht funktionierte. Das heißt, kannst du kurz das Problem beschreiben, was du da gemacht hast und versucht hast, damit die anderen das jetzt auch verstehen können? Ich wollte, ich wollte, dass meine Tochter in ihrem Kinderzimmer wollte ein Hörspiel hören, nehmen wir als Beispiel Bibi und Tina, was sie unglaublich gerne hört und ich wollte zeitgleich hier im Wohnzimmer, keine Ahnung, 90er-Chart-Hits hören. So, die Alexa im Kinderzimmer lief und ich bekam im Wohnzimmer gesagt, Amazon Music wird auf einem anderen Gerät wiedergeben, möchten Sie das starten, irgendwie so in der Art? Und wenn ich dann ja sage, läuft das Ganze noch so zwei Minuten parallel, dann schaltet sich aber der Echo dort im Kinderzimmer ab. Okay. So, also das, was, ich weiß nicht, wie man das nennt, zwischengespeichert war, das spielt er dann noch ab und dann halt nicht mehr. Das gepufferte quasi. Genau, so, dann war ich ein bisschen irritiert, weil, weil, ich habe ja nun Amazon Prime Konto und streame ja auch Amazon Video. Ja. Oder Prime Video heißt das, glaube ich. Da zahlst du im Jahr was für, 79 Euro oder so, ne? Richtig, richtig. So, und kann da auf mehreren Geräten gleichzeitig Amazon Prime Video streamen und von daher war das für mich ziemlich unverständlich, das nicht auch mit Amazon Music zu können. Ja. So, der Kundenberater sagte mir dann, ne, das geht nicht, dafür bräuchte ich die Mitgliedschaft Amazon Music Unlimited für Familien. Damit ist das möglich, kostet aber dann zu den 79 Euro, die ich eh schon, 78 sind es, glaube ich, egal, im Jahr zahle, nochmal 15 Euro monatlich zusätzlich. Und, ja, habe ich mich ein bisschen geärgert, klar, ja, weil ich finde, es ist schon so, ich sage jetzt mal, teuer genug. Und dann nochmal 15 Euro monatlich zu bezahlen, nur damit ich, ja, 60 Millionen Songs hören kann, zeigt, glaube ich, bis, ich glaube, sechs Personen sind das. Ja, ja. Also, das sehe ich persönlich nicht ein. Ich meine, es ist jedem selbst überlassen, aber mir war das dann zu teuer. So, und jetzt habe ich natürlich jetzt nur noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn mein Kind über Amazon Music Musik hören möchte, dann muss ich mich auf, ja, andere Medien, hätte ich fast gesagt, beschränken, wie zum Beispiel Radio. Radio über Tuning geht parallel zu Amazon Music. Genau, oder Spotify oder sowas zum Beispiel. Oder Spotify, genau. Also, was, wenn ich das richtig verstanden habe, das Problem, da war das ja auch, glaube ich, so gewesen, dass du, wenn du dein Unlimited Angebot nutzen möchtest mit diesen sechs Leuten, dann geht das ja nur, wenn jeder andere auch noch ein extra Konto hat. Du musstest du dann, glaube ich, pro Alexa noch ein Konto einrichten. Genau, so habe ich das auch verstanden und dann habe ich den Kundenberater auch gefragt, ja, wenn ich das aber im Kinderzimmer haben möchte, ich meine, ihr habt vorhin schon gehört, meine Tochter ist vier. Ja, ich kann mir, ich kann mir ja keine zwei Konten einrichten, das heißt, ich bräuchte jetzt jemanden, klar, ich habe einen Mann, ja, aber egal, ich müsste mir dann noch mindestens ein anderes Konto einrichten. Ja, sagt er, das könnte ich ja auf den Namen meiner Tochter laufen lassen. Da war ich ein bisschen irritiert. Das würde ich nicht machen. Ich glaube, das geht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich würde... Ja, rein rechtlich wäre es jetzt, da sie ja gar nicht geschäftstüchtig ist, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, hier bei einem größten Online-Versandhaus dann ein Konto einzurichten. Das macht jetzt wenig Sinn, würde ich mal behaupten. Ja, genau, ich glaube, das geht einfach nicht. So, aber ich habe dem Kundenberater natürlich nicht gesagt, die ist, also doch, ich habe ihm gesagt, die ist vier, aber vielleicht haben wir da auch einfach nur aneinander vorbeigeredet und er hat es etwas anders gemeint. Ja, Fakt ist, man braucht wohl ein Hauptkonto und das ist quasi das administrative Konto für diese fünf Unterkonten, die man noch einrichten kann. Ja, ja. Ja. Ich meine, kurz zum Verständnis für alle anderen auch da draußen. Und zwar, das ist ja wirklich so, der Trend geht ja wirklich immer mehr auf die ganze Geschichte on demand, ja. Also wir möchten ja, oder wir sind ja damals noch von den klassischen, gehe ich ein paar Jahre zurück, früher gab es noch Videotheken. Und du bist in die Videothek gegangen, hast dir Filme ausgeliehen oder hast dir halt bei Amazon oder sonstigen Online-Versandhäusern, wie auch immer, hast dir halt online auch Filme bestellt, hast dann zu Hause deine Scheibe in den Blu-Ray oder in den DVD-Player gesteckt und hast die Filme geguckt, ja. Und es geht ja wirklich immer mehr dahin, dass wir alles nur noch streamen. Und so möchte man das ja eigentlich auch mit so einer Alexa oder mit einem Echo Dot, wie auch immer, möchte man das eigentlich so bequem haben wie möglich. Und erwartet ja eigentlich, dass, ja, je mehr Geld man ja eigentlich bezahlt oder anders gesagt, man bezahlt ja schon recht viel Geld im Verhältnis. Ich mache jetzt hier Anführungszeichen in die Luft. Da erwartet man ja eigentlich, dass man das dann irgendwie, wenn es schon unlimited heißt, auch wirklich unlimited nutzen kann auf allen Geräten, die ich im Haus stehen habe. Und da war ich sogar in dem Moment wirklich ein bisschen schockiert, ja, wo dann der Service-Mitarbeiter da am Telefon dann auf einmal sagte, so geht das nicht und Konto extra und Gebühren und hast du nicht gesehen. Das fand ich schon, also ich will jetzt nicht von Abzocke reden, versteht mich jetzt nicht falsch. Das ist jetzt nicht negativ zu werten. Ich meine, man muss auch so sehen, was bekommt man? 60 Millionen Songs? Ja. So, jetzt schau mal, was eine CD kosten würde, wenn du jetzt von deiner Lieblingsband das neue Album kaufst, vielleicht noch die Single-Hits oder was weiß ich was, ja. Da bist du auch mal 15, 20, 25 Euro los im Monat, wenn man sich jetzt immer neue CDs kaufen würde. Und hier bekommst du für 15 Euro im Monat irgendwie 60 Millionen Hits. Alles gut, ja, keine Frage. Aber ich finde, dass das größte Problem, was wir aktuell haben, ist dieses Abo-Modell. Und zwar ist das ja so, dass wir mittlerweile für alles Abos haben. Ich meine, sogar machen wir uns nichts vor, der Disney Plus gibt es mittlerweile. Es gibt Netflix, ja, du hast Amazon Prime und, und, und. Immer mehr Abos. Spotify ist auch sehr beliebt, ja. Und da ist es ja nur so, dass wir für alles bezahlen müssen, monatlich. Und irgendwann ist es dann auch zu viel. Ja, wenn ich dann irgendwie im Monat, keine Ahnung, 100 Euro nur für Abos bezahle, stellt man sich halt so irgendwie die Frage, steht das jetzt noch im Verhältnis? Weißt du, wie ich meine? Und andersrum, wie gesagt, der Anwendungsfall ist bei uns beiden halt ein ganz anderer. Ich bin halt mehr so der Mensch, ich möchte gerne Smart Home damit machen und so weiter. Und du sagst halt, du bist halt dann eher User und willst dann wirklich nur die, ja, die eigentliche Funktion, die Amazon wahrscheinlich erdacht hat, damit nutzen, wie halt konsumieren von Radiosendungen oder halt herspielen. Ja, ja, also ich muss auch sagen, ich habe ja diese Einzellizenz Unlimited und die habe ich auf dem Gerät im Wohnzimmer. Das heißt, ich kann hier im Wohnzimmer auf diese 60 Millionen Songs zugreifen. Dafür zahle ich, ich sage jetzt mal rund vier Euro, das sind keine vier, ja, Euro im Monat extra. So, jetzt bietet der Echo Dot ja auch an, dass ich Multi Rooms einrichte. Das heißt, dass ich auf allen Geräten im ganzen Haus gleichzeitig das Gleiche höre. Ja, genau. So wie, ja, keine Ahnung, also ich, ne, egal wo ich mich im Haus aufhalte, überall läuft, keine Ahnung, Macarena. Oha. So, als Beispiel. Ja, blödes Beispiel, aber als Beispiel. Barbie Girl. Das geht auch, Barbie Girl ist noch ein schöneres Beispiel, ja. Das geht auch, aber nur, wenn ich Amazon Music Titel, also die in Prime Music enthalten sind, die kann ich im Multi Room hören. Wenn ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel, keine Ahnung, Prinz Ali aus dem Film Aladdin. Wenn ich das hören möchte, das ist ein Unlimited Titel. Okay. Kann ich das hier im Wohnzimmer tun, aber ich kann es nicht im Multi Room. Das ist nicht machbar. Ja, das finde ich dann wiederum auch tatsächlich schade, ja, weil ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, okay, separat, dann entweder buchst du für 15 Euro das Unlimited Family dazu oder du hörst es nur auf einem Gerät. Aber, dass diese Multi Room Funktion dann auch nicht verfügbar ist, hat mich ein bisschen, sag ich mal, verwundert. Ja. Schade. Ja, Thema Multi Room, das prangerst du ja da so ein bisschen an, weil du sagst, du kannst quasi den Dienst dann in dem Moment nur auf einem Gerät nutzen und auf allen anderen dann nicht, ne, war richtig. Ja, was heißt anprangern? Ich habe halt nur diese Einzellizenz gebucht, so. Also die gibt es auch, glaube ich, nur, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Nein. Oder kannst du Unlimited, müsstest du quasi pro Alexa, pro Konto buchen, oder? Nein, ich kann, ich kann die Unlimited als Einzelversion oder als Einzelabo oder wie man das nennt, buchen für ein Gerät. Ja. Oder ich kann sagen, ich buche dieses, diese Family Option, dieses Unlimited Family und dann kann ich auf bis zu sechs Geräten gleichzeitig streamen. Ah, das Family war das, genau mit den sechs Geräten. Aber da brauchtest du auch dann ein Extrakonto, ne? Da brauchte ich, ja, ja, das war dieses seltsame Extrakonto-Ding. Ja, aber rein von der Sache würde ich sagen, sind wir beide schon ziemlich happy mit den Geräten, oder? Ja. Ja. Also im Großen und Ganzen würde ich sie jederzeit wieder kaufen. Ja. Vor allem, man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja jetzt quasi schon wieder die alte Ausgabe, weil jetzt, lass mich nicht lügen, vor zwei, drei, vier Wochen, ich weiß nicht genau, vor knapp einem Monat ist, glaube ich, das neue Modell erst auf den Markt gekommen, ne? So eine ganze Runde. Richtig, die sieht aus wie eine Kugel, hat aber auch meiner persönlichen Meinung nach so tatsächlich einen stolzen Preis. Die kostet, glaube ich, um die 60 Euro. Genau, die, also ich sag mal so, die Variante, die wir jetzt haben, diese Ecodot Third Edition, die ist ja eher so puckförmig, um halt jetzt für die Leute, die das Ding vielleicht gar nicht kennen, die ist halt wirklich, sieht aus wie ein Puck vom Eishockey. Und das neue Teil, das hat, glaube ich, so, ja, ich kann es jetzt nicht richtig einschätzen, etwas größer wie ein Tennisball, würde ich schätzen. Ja, größer wird es wahrscheinlich sein. Ja, doch ein bisschen größer vielleicht wie so ein kleiner Ball, halt wirklich rund, sieht auch schon ganz cool aus. Ich weiß nicht, ob so einer auch mal bei uns ins Haus kommt. Jetzt haben wir erstmal die drei Stück, müssen wir da mal abwarten. Was ist denn so das Witzigste, was du bis jetzt deine Alexa gefragt hast? Ich habe die tatsächlich schon alles Mögliche gefragt, gerade als sie neu war. Es gibt Seiten im Internet, die haben diese Easter Eggs und eine ganze Reihe. Das geht von Alexa der Winternaht, ja, um ein Beispiel aus, ich glaube, Game of Thrones ist es, zu nutzen. Oder man kann ja auch ihre, oder die Liebe gestehen, das ist auch sehr witzig. Man kann sich Witze erzählen lassen, die sind sehr flach. Ja, aber auch teilweise so flach, dass sie dann auch wirklich witzig sind. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, lass sie mal einen Witz erzählen. Computer, erzähl mir einen Witz. Was macht ein Zombie in der Uni? Studenten futtern. Okay. Also, ja, schon flach. Und ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich auch so an alle die Gerichte, die mit dem Gedanken spielen, sich so ein Gerät zu kaufen und immer so Angst vor Überwachung haben oder so. Ja, da sei vorweg gesagt, das Gerät überwacht nicht. Ja, das hat auch schon der, wie heißen sie denn? Nicht Chaos Computer Club? Ich bin raus. Computer Club 2. Computer Club 2. Der hat das mal hinterforscht. Oder hat mal natürlich reagiert. hat das hinterforscht und du kannst halt mit relativ einfachen Möglichkeiten, mit einem Wireshark zum Beispiel kannst du, also Wireshark ist so ein Programm, was quasi Netzwerk Traffic misst über WLAN zum Beispiel, weil das Gerät ist ja per WLAN angebunden, wann wie wo was gesendet wird. Und das Ding ist da doch sehr neutral und schickt halt wirklich nur das weg, was du auch wirklich willst, was abgehört wird und überwacht dich halt nicht. Wie gesagt, du hast immer die Möglichkeit, Mikrofon auszuschalten. Das Ding ist dann wirklich tot, macht gar nichts, reagiert nicht mehr. Und genauso gut hat man auch die Möglichkeit für die Sachen, die, wenn du sie angesprochen hast, die Sachen werden natürlich gelockt. Das hat den Hintergrund, dass du oder ja quasi, dass der Computer, der dahinter steckt, deine Sprache besser anlernen kann, um besser mit dir kommunizieren zu können. Die Sachen kannst du aber nachher auch alle löschen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen ähnlich wie bei den Google-Diensten. Wenn du zum Beispiel mit deinem Smartphone unterwegs bist und nutzt Google als Navi, dann ist das ja auch so, dass du nachher deinen ganzen Streckenverlauf und so löschen kannst. Horte, an denen du gewesen bist, das kannst du alles löschen. Ähnlich macht die Alexa das halt auch und lockt halt die ganzen Sachen mit. Du kannst aber auch alles manuell löschen. Ja, also da wird nichts für die Ewigkeit gespeichert und überwacht und alles ganz böse. Im Gegenteil, da achten die halt wirklich schon auf Datensicherheit, dass da nichts nach außen gerät bis jetzt. Also mir ist nichts Negatives bekannt. Oder hast du da Bedenken? Nein, nein, überhaupt nicht. Und also meine Argumentation ist immer, wenn mich irgendjemand abhören möchte und hören möchte, wie ich mit meiner Familie Alltägliches bespreche oder wenn sie wissen wollen, was es bei uns zu essen gibt, dann bitte sind sie herzlich eingeladen. Ja, also ich brauche mich da nicht zu verstecken. Von daher wäre es mir im Großen und Ganzen tatsächlich auch noch egal. Gehört habe ich, dass es wohl sehr, sehr sicher sein soll. Ich meine, hundertprozentig kann man es, glaube ich, weiß ich nicht, ich bin ja, ne, kann man es, glaube ich, nie sagen. Ja, das ist schon so. Also man hat immer irgendwie so, halt auch aus unserer Geschichte generell, kennt man ja so Sachen wie Überwachung am Telefon und hast du nicht gesehen. Wenn man heutzutage jemanden abhören möchte oder wirklich das wollen würde, wäre das schon für einen, der das kann und weiß in etwa, wie die Technik funktioniert, ist es eigentlich ein Kinderspiel, jemanden abzuhören. Ich als Podcaster denke mir, ich bin froh, wenn ich abgehört werde. Weißt du, wie ich meine? Ich will gehört werden. Ich habe so viel Mikrofon in diesem Haus, hört mich ruhig ab. Ist okay, ich bin Podcaster, ich komme damit klar. Ja, ja, aber wenn jemand abgehört werden soll, dann muss er nicht unbedingt eine Alexa haben. Nein, da ist ja eben der springende Punkt. Ich sage mal, Leute, das Argument ist ja immer, ich habe nichts zu verbergen. Okay, jeder hat ein Recht auf Privatsphäre. Ja, und die Leute, die wirklich Böses vorhaben, die werden kaum eine Alexa sich da hinstellen und der schön erzählen, was sie für böse Sachen vorhaben. Die werden wahrscheinlich genauso wenig WhatsApp Sprachnachrichten benutzen oder ihre Sachen auf YouTube streamen. Die werden das alles schön im stillen Kämmerchen machen und die bösen Jungs und Mädels. Und von daher denke ich mal, können wir hiermit ganz gedroht weiterarbeiten und das für unsere spaßige Unterhaltung irgendwo nutzen, würde ich mal sagen. Du nennst mich ja schon mal ein Nerd, oder? Ja, ständig eigentlich. Wusstest, das kann man sie anscheinend auch fragen. Probieren wir es mal aus. Computer, bist du ein Nerd? Wenn du dir Geeks, Nerds und Streber als Leute vorstellst, die Wissenschaften und Mathematik lieben, komische Wortspiele machen, gerne lernen und einfach Spaß daran haben, sie selbst zu sein, dann gehöre ich wohl dazu. Sehr schön. Okay, dann ist sie quasi eine Nerdin, sagt man das so? Ja. Heute dürfen wir das mal so sagen. Heute ist Blue Moon, da geht alles. Und Halloween. Und Halloween. Und Halloween. Und Halloween. Ja, ich war sogar erstaunt. Also heute waren sogar wirklich Kinder bei uns vor der Tür. Bei uns tatsächlich auch. Es sind Nachbarskinder gewesen und ich gönne denen das auch, aber ich hätte es tatsächlich, ich bin ja so eine Schisser-Mutti, ich habe es gelassen. Tatsächlich. Ich wollte einfach nicht, dass mein Kind von Tür zu Tür läuft und je nachdem an wen sie da gerät, sage ich mal, dann wird noch gedrückt und lass dich mal und ne. Also wir reden jetzt auch wirklich wegen Corona meinst du jetzt. Ja, genau, ich rede von Corona und Halloween und ich finde, das ist einfach, muss, muss einfach nicht sein. Ja, so, ich habe jetzt versprochen, nächstes Jahr gehen wir und Mama macht alles dafür, dass das Virus weg ist. Ja, habe ich also ein bisschen was zu tun. Ich wollte gerade sagen, das wird ein harter Job. Ja. Aber ich möchte auch ein glückliches Kind, das heißt, irgendwie muss das möglich sein. Ja, wenn sich ein paar Leute an gewisse Regeln halten, könnte das vielleicht klappen. Aber schauen wir mal, ich glaube, wir werden da noch etliche Jahre mit zu tun haben, das ist einfach so. Und um jetzt wieder den Bogen zurück zu unserem eigentlichen Thema zu spannen, andersrum ist ja gerade in so einer schwierigen Zeit, ist das auch schön, finde ich, wenn du zu Hause bist und du hast zu Hause Unterhaltung. Ja, das war jetzt für mich einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich zum Beispiel gesagt habe, okay, ich besorge mir jetzt solche Geräte, klar, halt einmal zur Steuerung Smart Home und so weiter, aber auch, um halt wirklich nachher sagen zu können, was ich zum Beispiel cool finde, ist bei den Kindern ist so ein Argument, da kannst du dann abends hingehen und kannst dann zum Beispiel dir Gute-Nacht-Geschichten vorlesen lassen, ja. Sowas zum Beispiel finde ich richtig klasse. Du kannst dir sonstige Krimis anhören und Science-Fiction-Geschichten und keine Ahnung und das ist für mich oder mein Thema natürlich Podcasts. Ich sitze schon mal öfter alleine hier rum und, was weiß ich, Frau vielleicht ausgeflogen, weil sie gerade irgendwo hingefahren ist oder so, die Kinder sind dann in der Schule und dann kannst du dem Ding einfach mal sagen, hey, spiel doch mal den und den Podcast ab. Ja, du bist einfach unterhalten, ja, das ist ja nicht mehr so wie früher, du sitzt nicht mehr vorm Fernseher und keine Ahnung. Ich bin mittlerweile so ein ziemlich, ja, audiolastiger Typ geworden und ich höre einfach gerne Sachen, weil das Zeug ist, was ich neben der Arbeit auch mitmachen kann, weißt du, wie ich meine? Ich kann halt arbeiten, ich meine, klar, wenn einer anruft, dann da kommt gerade meine Frau rein und erschreckt mich zu Tode und sie bringt mir ein Stück Kuchen. Dankeschön. Sehr schön. Dann bitte ich um Unterbrechung, Daniel. Sehr schön. Warum? Ich höre mir auch eins. Okay. Jawohl. Ein Stück Kuchen und eine kurze Pause später. Jetzt wurde ich ja gerade von meiner Frau überrascht mit Kuchen und Jessie hatte rein zufällig auch noch Kuchen in ihrer Küche stehen und da haben wir uns gerade bei einem Halloween-Mitternacht-Snack gegönnt. Ist okay, oder? Ich finde, ich fand das richtig gut. Doch. War durchaus schmackhaft. Ja, da kann ich jetzt auch nichts Negatives sagen. Grüße gehen raus in die Küche. Ja, wo war ich stehen geblieben? Und zwar hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich ja ein so mehr oder weniger mittlerweile audiolastiger Typ geworden bin und halt viel lieber Sachen höre wie, wie, na, zu schauen, wie auch immer. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich Quatsch, was ich jetzt gerade sage. Du weißt, wie ich es meine. Also Audio ist das, was man auch während anderen Tätigkeiten machen kann. Sei es beim Autofahren, während der Arbeit, so meine ich das jetzt, ja. Oder auch beim Rasenmähen zum Beispiel, ja. Wenn du am Rasenmähen bist, dann steckt man sich auch schon mal das Smartphone in die Hosentasche, Kopfhörer ins Ohr und dann mäßst du deine 8 Hektar Land, ja. Und hörst währenddessen einen geilen Podcast, Musik, was weiß ich was. Oder auch früher beim Sport sehr viel gemacht, beim Joggen immer schön Musik auf dem Ohr. Ist alles gut, ja. Macht man so. Aber für alle, die jetzt mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht wirklich so ein Echo Dot, welche Generation auch immer, zu kaufen, da sei gesagt, da geht natürlich noch viel mehr mit. Und gerade das ist halt der Punkt, den ich dabei so spannend finde, ja. Ja, Sachen hören ist das eine, aber du kannst halt auch, haben wir jetzt gerade beim Kuchenessen noch so festgestellt, man kann sich wunderbar den Wecker stellen, man kann sich jetzt auch mit Radio wecken lassen, mit einem speziellen Lied kannst du dich wecken lassen, ja. Dann kannst du dir Timer stellen, wann dein Tee fertig ist oder was weiß ich was. Du hast so viele verschiedene Möglichkeiten. Hast du denn bei dir so im täglichen Einsatz Dinge, die du da regelmäßig nutzt? Also ich nutze die Weckfunktion immer und also ich kann auch sagen, der Wecker soll sich täglich wiederholen oder werktags wiederholen. Das mache ich bewusst nicht aus dem Grund, ich lasse mich jeden Morgen mit einem anderen Lied wecken. Ich sage, der Alexa, also jeden Abend, Alexa, stell den Wecker auf, 5 Uhr mit, kleinen Moment bitte, Alexa, Wecker ausschalten. Ja, morgen früh, morgen früh um 5 Uhr. Ja, jetzt hatte ich gerade zwei Wecker gestellt, Entschuldigung, und jetzt musste ich den für morgen früh um 5, da möchte ich tatsächlich ausnahmsweise mal nicht aufstehen, ausschalten. Ich lasse mich dann immer wecken mit irgendeinem Lied, was mir gerade durch den Kopf geht, ja, was ich entweder am Tag vorher gehört habe. Neulich war es mal, war es tagelang hintereinander tatsächlich, 194 Länder, fand ich ganz toll. Ich brauche aber auch morgens was, was nicht ganz so leise ist. Ja, ich könnte mich... Dass man direkt in Schwung kommt, meinst du? Ich brauche was, was laut ist, was Spaß macht und damit ich auch aufstehen kann. Weil wenn mich da irgendwelche Meereswellen anlachen am Morgen, da drehe ich mich um und schlafe weiter. Okay. Also, wie gesagt, den Wecker nutze ich immer. Ich nutze auch fast täglich diese Timer-Funktion, sei es für, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, beim Kuchen backen. Oder selbst wenn ich morgens das Frühstücksei mache, lasse ich das über den Timer laufen. Ja. Weil ich in der Zeit, ich kann dann abschalten, bis die Alexa mir sagt, okay, hier, hallo, ich erinnere dich, da war doch was. So, diese Funktion nutze ich und ich nutze auch die Erinnerungsfunktion. Und zwar, jeden Abend um 19 Uhr sagt die Alexa tatsächlich meinem Töchterchen, dass Haierbettzeit ist. Ja, also es gibt diese Erinnerungsfunktion und da kann man drauf, also reinschreiben, was man möchte. Das muss man halt über die, ich weiß gar nicht, ob ich das auch so ansteuern kann, ich mache das über die Alexa-App. Und benenne die Erinnerung in Haierbettzeit. So, heißt das jetzt bei uns, ja. Und jeden Abend um 19 Uhr sagt sie dann, ich erinnere dich, Haierbettzeit. Ja, weil man ist ja schon mal, man ist am Spielen oder macht noch irgendwas. Ja, manchmal sitzt sie auch tatsächlich einfach vorm Fernseher und ich räume die Küche auf oder ähnliches. Und dann quatscht mich die Alexa dann schon mal an, so richtig. Ich zucke dann auch zusammen, hey, Haierbettzeit, oh ja, danke. Das braucht man ja schon mal. Ja, man vergisst ja auch schon mal die Zeit. Richtig. Und jetzt mal auch gerade diese Timer- oder Reminder-Funktion, die nutze ich zum Beispiel dann für so banale Sachen, wie ich gerade mit dem Beispiel mit dem Rasenmähen hatte. Ich habe so einen Akku-Rasenmäher. So, und ich kann, ja, ich sage mal, wenn ich den Rasenmäher bei uns vor, neben und hinter dem Haus, das bisschen, was wir da haben, ja, komme ich eigentlich ungefähr mit einer Akkuladung hin. Ja, so, das heißt, ich kann den Akku dann anklemmen und manchmal ist es aber auch so, wenn der, was weiß ich, die Wiese ist ein bisschen feucht oder so und dann quält der Rasenmäher sich halt, ist der Akku schneller leer, ja. So, dann muss ich halt zwischen dem Mähen, zwischen den drei Wiesenstückchen, die wir so haben, muss ich halt den Akku eben nochmal laden. Und dann bin ich halt so, dann stecke ich den eben im Flur in die Steckdose, in das Ladegerät und sagt dann auch der Alexa hier, gib mal ungefähr in einer Stunde Bescheid, dann ist der Akku halt voll. Dann weiß ich, ah, jetzt geht das Ding los, okay, jetzt kann ich weiter mähen, weißt du, für so Sachen, so ganz banales Zeug. Weil, wie du gerade sagtest, dann hast du den Kopf frei und kannst währenddessen irgendeinen anderen Quatsch machen und musst nicht die ganze Zeit dran denken oder immer gucken, ist der Akku jetzt fertig, blinkt der noch, lädt der noch oder ist er schon voll oder wie auch immer, ja. Das ist toll, finde ich total cool. Also man kann auch mehrere Timer gleichzeitig stellen, also alles Mögliche, wenn ich jetzt, was weiß ich, eine Tasse Tee mir gemacht habe und einen Kuchen im Ofen habe, ist das auch kein Problem, das kann die auch. Ja, ja. Was ich eine sehr coole Funktion finde und das geht jetzt, denke ich mal, raus an alle Eltern. Ich weiß nicht, ob du es auch schon getestet hast mit deiner Tochter, die übrigens auch mein Patenkind ist, das möchte ich an der Stelle einfach mal erwähnen. Was halt auch eine ganz coole Geschichte ist und zwar, bei uns ist es halt so, wir haben mittlerweile ein Gerät im Wohnzimmer stehen, das ist jetzt das, was aktuell bei mir hier mit am Schreibtisch steht. Und eins steht in der Küche und der andere, sagte ich ja eben schon, teilen sich meine Töchter halt oben in ihren Zimmern. Und zwar finde ich das ganz cool, man kennt das ja so, irgendwie Essen ist fertig oder die Freundin steht vor der Tür, holst sie ab oder so und jedes Mal brüllst du hoch, hier Töchterchen XY, komm mal runter, mach mal Tour und Essen ist fertig und hast du ja nicht gesehen, brauchst du alles nicht mehr machen. Du kannst jetzt, was ich dann ganz gerne mache, ich nutze dann gerne mein Smartphone und mache dann einen sogenannten Drop-In, ja, Drop-In bedeutet im Prinzip, dass du ja auf dem Smartphone, du startest dann die sogenannte Alexa-App und kannst dann die Alexa, die du oder den Echo Dot, den du ansteuern möchtest, wählst du aus, sagst dann Drop-In, dann ist das so eine Art, ja, wird so ähnlich wie ein Anruf aufgebaut, nur mit dem Unterschied ist, muss keiner dran gehen, das Gerät oben geht automatisch dran, deswegen halt Drop-In, weil niemand abnehmen muss und dann kannst du halt frei sprechen und jeder, der in dem Raum ist, hört dich halt und kann auch mit dir reden, ist dann wie eine Gegensprechanlage, halt wirklich wie ein kleiner Anruf, ja, wie ein Call. Und da kannst du halt dann eben sagen, hier, komm runter, Essen ist fertig, alles gut, du musst nicht mehr brüllen, legst wieder auf und eine Minute später sind die Kinder am Tisch, ja. Das finde ich zum Beispiel saupraktisch und wir beide haben das ja auch schon mal getestet, das geht natürlich im Haus, ja, und da haben wir beide das auch mal getestet über die Ferne, wir wohnen so, oh Gott, was sind das denn, keine Ahnung, acht Kilometer oder so, nicht mal, oder? Ja, doch. Ja, doch, kommt hin, acht Kilometer, wohnen wir auseinander und haben logischerweise auch zwei verschiedene Amazon-Konten und so und da kannst du dann auch einen Drop-In machen. Das fand ich ziemlich cool, oder? Was meinst du? Ja, ja, auf der einen Seite, klar, man sichert sich ja auch ab, ne, also man kann jetzt nicht mit jedem x-Beliebigen ein Drop-In machen, sondern man muss den Kontakt explizit dafür freigeben. So, und Drop-In untereinander, Daniel, da ist das so, du kannst das auch von Gerät zu Gerät machen, also du brauchst nicht, die Alexa-App oder ein Smartphone. Stimmt, 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 ich sagte ja eben, ich benutze es halt lieber in dem Moment dafür, aber klar, Entschuldigung, klar, du kannst natürlich auch von Echo Dot zu Echo Dot den Drop-In machen, das geht natürlich auch. Machst du das denn auch so? Nutzt du das dafür? Wir haben das Schlafzimmer im Untergeschoss und wenn ich meinen Mann dann wecke, dann mache ich das tatsächlich schon mal über diese Drop-In-Funktion. Ja, und wie funktioniert das dann von Alexa zu Alexa? Du sagst einfach, Alexa, starte Drop-In mit und schon wieder möchte meine, Entschuldigung bitte, Alexa, stopp. Und gibst dann den Namen des Echo Dots oder des Kontaktes an, mit dem du das starten möchtest und dann baut die innerhalb von, ich sage jetzt mal zwei Sekunden, die Verbindung auf. Ja, also so ein ankommender Anruf ist dann quasi, es macht einmal Bling-Bling und dann blinkt sie auch permanent grün, also man schleicht sich da jetzt nicht irgendwie durch ein Hintertürchen rein, sondern sie gibt ein akustisches Signal von sich und ein visuelles, sodass man auch sehen kann, dass das verbunden ist. Genau, dass man auch sieht, da ist gerade eine Aktivität, man hört was und wird halt nicht einfach überrascht. Du könntest auch jederzeit sagen, hier, Alexa, stopp oder so und dann legt der oder kanzelt der im Prinzip auch die Verbindung. Also das ist nicht so, dass man sich jetzt heimlich still und leise aufschalten könnte. Also ich könnte euch jetzt da nicht im Wohn-Esszimmer wie auch immer belauschen oder so. Du würdest halt immer mitbekommen, da ist irgendwie eine Bewegung in dem Gerät. Genau, ich würde es sehen, ich würde es hören. Genau, ich starte jetzt auch gerade nochmal die App. Und zwar, du hast ja verschiedene Möglichkeiten. Du hast ja einmal den Drop-In und zwar hast du in der App im Prinzip so eine Übersicht, dass du einmal sowas wie eine Startseite hast, wo du dann halt verschiedene Angebote angezeigt bekommst, aus was weiß ich, deiner Einkaufsliste, was aktuell die beliebten Skills sind, ob die vielleicht was für dich sind oder sowas. Ja, halt jetzt so aktuelle Sachen wie zu Halloween, da bekommst du verschiedene Sachen jetzt halt heute dann angezeigt. Dann, wie gesagt, um gerade nochmal auf den Punkt Kommunikation zurückkommen. Du hast natürlich die Möglichkeit, diesen Drop-In zu machen. Dann kannst du eine Nachricht verschicken. Genau. Das ist quasi dann so ähnlich wie eine Sprachnachricht, glaube ich. Genau. Ja, und dann hast du, also wie man es von WhatsApp oder anderen Messengern kennt, du kannst quasi was aufnehmen, das wird dem anderen zugespielt und der kann es sich dann anhören. Dann hast du eine Anruffunktion. Ja, da ist es halt wirklich so, dass der andere dann auch, glaube ich, abnehmen muss. Richtig. Ja, und Ankündigung. Da weiß ich jetzt gerade nicht genau, was es ist. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Wenn Alexa etwas ankündigen möchte, also das muss man auch aktivieren. Das ist nicht automatisch aktiviert, glaube ich. Ja. Selbst wenn, könnte man es deaktivieren, so. Also es ist eine freiwillige Einstellung. Wenn ich zum Beispiel ein Weihnachtsgeschenk für meine Tochter bestelle über Amazon, wenn ich eine Amazon-Bestellung mache, wie auch immer, und das Paket befindet sich am Postweg und die Sendungsverfolgung fängt an, dann meldet mir Amazon über den Echo Dot, indem er, also er blinkt dann oder er leuchtet dann gelb. Dann frage ich, was ist denn los? Also, welche Benachrichtigung liegt vor? Und der sagt mir dann, ihr Paket wurde verschickt. Oder ihr Paket wird heute mit dem Inhalt sowieso, das ist ein bisschen doof. Ja. Weiß ich nicht, ob man das ausstellen kann, aber das wäre ein bisschen doof. Würde, würde dann zugestellt, dann und dann. Ja, ihr Paket kommt zwischen 10 und 11 Uhr. Ja, ich sehe hier gerade sowas wie bei Ankündigungen steht jetzt zum Beispiel, ich bin auf dem Weg nach Hause oder so. Ja. Ja, aber das ist genau so, also du kannst das. Ist das genau das Gleiche, ja. Genau, entweder, ja, Amazon kann ankündigen, ja, das sind diese Ankündigungen, oder aber wenn du eine Ankündigung machst, ja, dann blinkt die auch und die kann dann abgerufen werden. Ja, dann, ja, keine Ahnung, ich stehe im Stau, komme später, ich bin in 10 Minuten da, fahre ich, was weiß ich was, fahre erst mal reinkaufen. Ah, okay. Ja, so als. Das ist witzig, ne, dass ich so Sachen noch nicht ausprobiert habe. Ja, genau, also ich könnte jetzt quasi, wenn ich jetzt mal im Büro bin oder so, oder, was weiß ich, irgendwo von sonst wo auf dem Heimweg, könnte ich jetzt quasi in meine App gehen, sagt der Reihen hier, ich fahre jetzt nach Hause, bin, keine Ahnung, in 10 Minuten da und dann blinkt das Ding hier gelb und meine Frau weiß dann, ah, okay, der ist in 10 Minuten zu Hause. Dann habe ich auch diesen gelben Ring, ne, und, ja, das ist auch so eine Funktion, die finde ich ziemlich cool und zwar dadurch, dass das Gerät ja dann mit deinem Amazon-Konto verknüpft ist, ist es ja so, dass, wenn du halt was bestellt hast und die, ich glaube, sobald der Status dann auch versendet geht, ne, sobald das dann wirklich auf dem Postweg ist, dann blinkt das Ding oder leuchtet ja so gelb und dann kannst du ja sagen, Wo ist mein Paket? Genau, wo ist mein Paket? Wann kommt meine Bestellung oder so ähnlich? Und dann sagt er dir hier, wird wahrscheinlich am Dienstag zugestellt und mit dem und dem Paketdienst, das sagt er, glaube ich, sogar auch an. Und manchmal sagt er auch den Inhalt. Heute hat er mir lustigerweise den Inhalt falsch angesagt, da war ich ein wenig schockiert. Ich bin gespannt, was da ankommt. Ich habe Blu-Rays bestellt und er hat mir DVDs angekündigt. Wir werden sehen. Ja, muss nichts heißen, aber wie gesagt, das ist halt eine ziemlich coole Funktion, wie ich finde. Und das hat man ja früher so gemacht, da bist du ja in die Amazon-App gegangen und hast dann unter meine Bestellung geguckt, hier mit Paketverfolgung und hast du nicht gesehen. Genau. Das hast du halt heute, während du am Thermomix stehst und dir dein Süppchen rührst oder was weiß ich was machst, kannst du eben deine Alexa fragen. Hier, ey, pass mal auf, wann kommt denn mein Paket oder was liegen für Nachrichten vor? Ja, feine, feine Geschichte, muss man einfach mal so sagen. Ja. Und vielleicht kurz, achso, du hast was, Entschuldigung? Nein, mach erst mal weiter. Ja, und zwar, was man halt noch über die App steuern kann, das findet man dann unter dem Punkt Wiedergabe. Da kannst du halt dann unter anderem neue Dienste, also die Hauptsteuerung funktioniert halt über diese App und du kannst über diese App dann neue Dienste einbinden, wie zum Beispiel Apple Music, Spotify, Deezer und so weiter, kannst diese Dienste dann halt mit deinem, ja, mit deiner Alexa, mit deinem Echo Dot verknüpfen und hast natürlich dann dementsprechend auch Zugriff auf diese Abo-Dienste dann. Und du kannst auch, was auch möglich ist, neue Sachen oder neue, neue, sag mal schnell, neue Titel zum Beispiel auswählen über die App, dass die dann auf dem Gerät abgespielt werden. Das ist auch möglich, also du kannst quasi deine Musik vom Handy aus steuern und kannst halt auch darüber lauter und leiser machen, ohne das Gerät ständig anzusprechen. Das funktioniert natürlich auch, indem man jetzt zum Beispiel sagen würde, Computer, Lautstärke 2. So, jetzt hat man natürlich keinen akustischen Effekt. Computer, Lautstärke 3. Computer, Lautstärke 3. Computer, welche Lautstärke ist eingestellt? Die Lautstärke für dieses Gerät ist 3. So, also man sieht jetzt, man kann das akustisch dann auch steuern und machen und tun, geht natürlich auch, aber manchmal ist es auch von Vorteil, das habe ich nicht schon gemerkt, wenn die Kinder, wie gesagt, die haben ja das Gerät oben auch stehen, wenn die Lautmusik hören, weil Kinder haben ja manchmal etwas andere Lautstärken wie wir, würde ich mal behaupten, und du sitzt dann unten und denkst dir, die kommen gleich durch die Decke gepurzelt, dann kannst du unten einfach sitzen, machst deine App ganz entspannt auf und machst einfach mal den Lautstärkepegel so in die Mitte, ja, anstatt von ganz rechts einfach mal so in die Mitte schieben. Das ist schon toll. Ja, man hat so ein bisschen Fremdeingriff, das finde ich schon ganz nett. Ja, also man kann das immer so ein bisschen kontrollieren. Ja, zur App, was ich noch ganz cool finde, du kannst auch Gruppen erstellen. Hast du das schon mal gemacht oder hast du Gruppen erstellt? Nein, tatsächlich nicht, weil ich mich damit noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Ich habe keine Ahnung, für die gut sein sollen. Okay, und zwar, das finde ich ist ein ziemlich cooles Feature und zwar hat man halt die Möglichkeit, die verschiedenen Echo Dots oder auch verschiedene Amazon-Geräte, die man hat, in sogenannte Gruppen zu unterteilen. Und zwar habe ich das zum Beispiel so gemacht. Ich habe drei Gruppen erstellt, weil ich halt diese drei Geräte habe und jedes der einzelnen Geräte steht halt in einem separaten Raum. Ja, eine steht halt im Wohnbereich, die andere steht in der Küche und die andere steht halt in den Kinderzimmern. Demnach habe ich auch die Gruppen benannt, sprich Kinderzimmer, Küche und Wohnbereich. Und jetzt ist das so gedacht, dass wenn du halt den Anwendungsfall, wie ich das dann ganz gerne nutzen möchte, wenn du halt zum Beispiel diese Beleuchtung darüber steuern möchtest, kannst du dann auch diese Beleuchtungs-Elemente, nicht Elemente, sag mal schnell, das sind ja solche Stecker, Steckdosen, wo dann die Lampen zum Beispiel angeschlossen werden, worüber du dann die Lampen steuern kannst. Ja, du kannst dann sagen, hier den Schalter nennt man dann Lichtküche zum Beispiel und dann kannst du dann sagen, hier Gerät, mach mal Licht in der Küche an. Ja, Licht an, Licht aus, wie auch immer. Und das kannst du halt dann in verschiedene Gruppen einteilen. Du kannst dann separat, kannst du sagen, mach mal im Wohnbereich das Licht an, mach mal in der Küche das Licht an, schalt mal im Wohnbereich den Ventilator ein oder mach mal die Klimaanlage im Schlafzimmer an oder so. Das sind halt solche Funktionen, die dann über diese Gruppeneinstellung möglich sind und das finde ich schon ziemlich nett, weil du halt auch nicht nur Amazon-Geräte einfügen kannst, sondern du kannst halt wirklich alle Geräte dir dann anzeigen und verwalten darüber. Doch, das klingt, gerade wenn man dieses Smart Home nutzen will, sehr interessant. Ich mache also nicht überall gleichzeitig alles an, sondern ich kann tatsächlich komplett separieren. Ja, du steuerst halt jedes Gerät dann einzeln an oder jeden Raum einzeln an. Du willst ja nicht, wenn du sagst, hier mach mal Licht an und auf einmal ist das ganze Haus hell erleuchtet, weil alle Lampen irgendwie an so einem Ding dranhängen, an so einem Schalter oder Switch, wie auch immer. Das willst du ja auch nicht. Da ist halt schon wirklich cool, wenn du sagen kannst, hier mach mal gezielt Licht in der Küche an oder so, dann geht halt, keine Ahnung, oben auf dem Regal und über der Küche oder so, äh, über der Spüle dann die Beleuchtung an. Ja, weil es dann die Dinger sind, die vielleicht an diesen Schaltern angeschlossen sind. Wie gesagt, das ist möglich. Und jetzt ist das zum Beispiel so, du kannst das noch ein bisschen weiterspinnen. Und zwar, was auch möglich ist, da will ich halt gern irgendwann mal hin. Dazu muss man sagen, die Geräte kosten leider alle schon eine Masse Geld. Ist halt teuer, Smart Home, das ist kein Geheimnis. Smart Home ist halt wirklich jetzt kein günstiger Spaß, wenn man sich da ordentlich ausstatten möchte. Ähm, aber es gibt halt, wie gesagt, jetzt schon viele Möglichkeiten und es wird auch immer preiswerter. Und was diese App zum Beispiel auch kann, oder die Alexa, der Computer, der Echo Dot, wie auch immer, ähm, man kann sogenannte Routinen erstellen. Weißt du, was das ist? Sagt dir das was? Ähm, ja, ich hab mich, wie gesagt, mit dieser Materie Richtung, alles, was Richtung Smart Home ist, noch nicht wirklich beschäftigt, weil es für mich aktuell zumindest noch total uninteressant ist. Ja, da bist du eher so derjenige, der ja über kurz oder lang dahin möchte und sich damit beschäftigt hat. Ja, ähm, und zwar ist das so, du kannst, ähm, wenn du Routinen erstellst, kannst, was lachst denn? Was ist los? Jetzt lachst du sich kaputt. Entschuldigen, bitte. Alles gut, was ist los? Du hast gerade voll gelispelt. Oh, Entschuldigung. Du hast gerade voll gelispelt. Ja, ich sag ja, ich krieg hier schon Sprachfehler. Nein, also, nochmal, wenn du Routinen erstellen möchtest, ja, dann ist das so, dass du, ähm, mehrere Sachen hintereinander machen lassen kannst von deinem Gerät. Und zwar könntest du jetzt hergehen und könntest zum Beispiel sagen, nehmen wir jetzt mal, wir bleiben mal beim Beispiel Küche. Du kommst morgens in die Küche, sagst, hier, äh, Alexa, starte die Routine 1 zum Beispiel, dann würde die jetzt hergehen und würde das Licht einschalten, würde das Radio starten und würde, wenn es angeschlossen ist, das Rollo hochfahren zum Beispiel, ja, so Sachen. Da kannst du halt verschiedene Geräte hintereinander hängen. Du könntest auch sagen, ähm, wenn es jetzt nur um reine Audio, äh, Audiosachen geht, könntest du zum Beispiel auch sagen, baust hier eine Routine, wo du zwei Sachen hintereinander oder drei Sachen hintereinander packst und sagst dann, lies mir erst den Wetterbericht vor, dann sag mir die, äh, Stauvorhersage auf der, keine Ahnung, auf der A4 und danach hätte ich gern noch den, äh, äh, keine Ahnung, den, Corona-Virus-Update oder sowas, ja, genau. Ja, das sind halt diese Routinen, die man sich da bauen kann, das kannst du alles wunderbar über die App verwalten, das finde ich auch eigentlich ganz gut. Allerdings habe ich da so eine Sache, die mich so ein bisschen stört, die ich irgendwie hätte cooler gefunden und zwar fände ich das cool, das hatte ich dir ja auch schon mal gesagt, wenn das Gerät wirklich sowas wie ein Webinterface hätte, ja. Ja, weißt du, wie ich meine, ne, das so ähnlich, also muss man sich so vorstellen, Webinterface ist im Prinzip so, äh, wie wenn man einen Router zu Hause stehen hat und lockt sich auf den Router ein, dann ist man ja quasi wirklich dann auf dem Router, mit dem Router, auf dem Gerät selber. Und hier ist das so, dass die App im Prinzip mit deinem Amazon-Konto verknüpft ist und das, was du in der App einstellst, geht quasi einmal den Weg übers Internet und landet dann erst auf deinem Echo Dot, ja. Das finde ich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob es ein Nachteil ist, aber andersrum mag ich es halt lieber, bin ich es halt eher gewohnt, ich habe so viele Geräte. Du bist und bleibst halt ein Nerd, aber den ganz normalen Otto-Normalverbraucher, den interessiert das, glaube ich, eher weniger. Das ist wahrscheinlich wirklich so, ja, da denke ich mir auch, ja, doch, da ist was dran. Ja, dann haben wir jetzt soweit die, die, äh, gröbsten Sachen aus der App, glaube ich, durch, ja und was natürlich generell auch geht, du kannst natürlich auch in der App, ähm, die, die, äh, wenn du dir eine neue Alexa oder andere, andere Gerätschaften aus dem Bereich kaufst, die steuerst du natürlich darüber und fügst die auch darüber hinzu, kannst die Geräte benennen, wie sie heißen sollen, ja, und, ähm, ja, das ist eigentlich so die, die Hauptfunktion, die die App dann hat und, äh, ja, und Alexa ist natürlich auch auf dem Telefon, ne, du hast die quasi auch unterwegs mit dabei, kannst das dann theoretisch auch da drüber nutzen. Das wäre auch noch möglich. Mache ich tatsächlich. Ja, wobei dann zum Beispiel? Ähm, wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel, also, ich telefoniere aus dem Auto über die Alexa mit meiner Tochter hier vor Ort. Ja. Ja, solche Sachen mache ich und, ähm, über die Alexa-App kann ich ja schon, also, kann ich ja auch streamen, ne? Ja. Ja. So, das nutze ich tatsächlich im Auto, so, das ein oder andere Mal. Also auch wieder Musik-mäßig im Stream, meinst du? Ja, ja, klar, ja, ich bin ja sehr, ähm, musiktechnisch unterwegs, also, ne, entweder ich, oder ich höre ein Hörbuch über Audible oder, 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 oder. Mhm. Ja, ja, aber die Auswahl ist halt auch groß, ne? Muss ich, ich muss wirklich sagen, die Auswahl ist groß, die Auswahl ist schön, man kann vieles machen, ich bin, ich würde sie jederzeit wieder kaufen. Mhm. Was, was ich auch ziemlich cool finde, ist, ähm, ich weiß nicht, die, viele von euch kennen ja bestimmt noch die, die ersten Modelle, die damals rausgekommen sind, die waren ja auch so, so puckmäßig oder sahen aus wie so eine, wie so eine Blechgetränkedose oder sowas, ne, mit diesem Blechdosen-Formfaktor. Ja, und, ähm, die, die heutigen, also diese dritte Generation, die wir jetzt haben, oder auch jetzt die neueren, die runden, ich finde die, ähm, optisch auch sehr gelungen, muss ich sagen. Und zwar, wie gesagt, die, die ich jetzt zum Beispiel hier stehen habe, die ist anthrazit, also eher schwarz eigentlich, aber ist schon, ja, soll anthrazit sein. Und, ähm, die hat halt ringsrum, da, wo die Lautsprecher und so sitzen, da ist halt so schön, ja, schwarzer Stoff und, äh, macht halt optisch auch was her, finde ich. Die sehen schon richtig schick aus, die, äh, passen sich irgendwie schön auch in die, ja, in die Wohnung, ins Haus rein, äh, ein, wie auch immer, zum Beispiel in der Küche, die wir haben. Die steht auf einem weißen Regal, die ist auch weiß, ja, und, äh, ja, ist einfach ein schönes Gerät irgendwie. Das macht auch Spaß, das zu haben und sich damit zu beschäftigen, oder? Doch, ich finde sie, ich finde sie gelungen. Ich habe sie ja quasi zur Einrichtung dazu gekauft, das heißt, ähm, ich habe die tatsächlich farblich abgestimmt. Ja, ja, ja. So wie ich es wollte, ähm, das Angebot ist groß, sie sind wirklich sehr, also ich finde sie edel, ne, egal wo sie stehen, sie sind einfach ein Hingucker. Ja. Ja, also unscheinbar und trotzdem Hingucker, Design gelungen, meine persönliche Meinung. Ja, ist auch wirklich so. Ähm, ich habe, was ich auch schön finde, ist, ähm, was man auch machen kann, das ist vielleicht auch eine Funktion, die vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, das, was auch noch über die App geht, natürlich. Ähm, Multiroom hatten wir vorhin genannt, dass du halt auf diversen, ähm, Geräten quasi das Gleiche hören kannst. Was aber auch geht, du kannst die als Stereo-Paar-Lautsprecher benutzen. Ja, das heißt, du hast zum Beispiel zwei Geräte und kannst dann sagen, ich möchte die jetzt im Stereo laufen lassen. Das ist auch ganz cool. Als quasi, ähm, Soundsystem. Genau, kleines Soundsystem. Es gibt, glaube ich, sogar auch die Möglichkeit, wenn mich nicht alles täuscht, wie eine Art Subwoofer und Center Speaker. Ja, also du könntest dir theoretisch, wenn ich das richtig gesehen habe über die App, könntest du dir wohl auch sowas Ähnliches bauen wie ein, äh, ja, ein kleines Heimkino 5.1-System oder sowas. Könntest du dir theoretisch damit auch zusammenbauen, richtig. Ähm, jetzt habe ich, was ich zum Beispiel ganz gerne nutze, äh, das Gerät hat ja, äh, zwei Anschlüsse. Und zwar, du hast hinten einmal den ganz normalen Stromanschluss, ja, ne, wo das ganz normale Netzstecker dranhängt. Und der andere Anschluss, da kannst du dann per Klinkenkabel, kannst du das dann zum Beispiel noch mit deinem Soundsystem verbinden. Also wenn du schon ein Soundsystem hast, macht das natürlich jetzt wenig Sinn, dir noch irgendwie noch zwei, drei Echos dahin zu stellen. Dann schließt du das Ding einfach an deine Anlage an und genießt dann halt den Sound über deine Anlage dann in Stereo, wie auch immer. Ja, ist eigentlich auch ziemlich cool. Ja, was ich im Sommer schon ganz oft gemacht habe, ich habe, ähm, per Bluetooth gestreamt. Ja, also von der Alexa auf, äh, hier, wir haben so eine JBL. Soundbar. Soundbar. Ja. Ja, ähm, qualitativ gut, bisschen verzögert, klar, durch Bluetooth, aber ansonsten klasse. Also. Wobei, das, das, äh, hast du, ich weiß gar nicht, welchen, welchen, ah, da müsste ich jetzt lügen, welchen Bluetooth-Standard die hat. Ich glaube, bei dem neuen Bluetooth, da hast du kaum noch oder gar keine Verzögerung mehr. Das wird dann wahrscheinlich in ein, zwei Jahren gibt es dann auch keine, keine Probleme mehr. Aber ganz ehrlich, ein bisschen Latenz hast du dann immer irgendwo. Das ist ja auch ganz egal. Hörst du ja nicht wirklich mit. Oder hörst du, läuft die, läuft die dann trotzdem noch? Ähm. Wenn du den, den per Bluetooth verbunden hast, läuft die Alexa dann auch mit der Lautsprecher? Nein, die Alexa, die Alexa läuft nicht. Du merkst aber, wenn, ähm, sie wiederholt ja gerne, ne, sie ist ja so eine Wiederholt-Tante. Und, und da merkst du halt, dass da, ich sag jetzt mal so eine Sekunde, noch nicht mal halbe Sekunde fehlt. Bevor die Soundbar dann den Ton hat. Okay. Ja. So, aber stört überhaupt nicht. Nee, nicht wirklich. Nein, es stört nicht. Was haben wir denn noch so an Funktionen? Was, was wäre da noch interessant? Ich habe immerhin das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Ich wüsste gerade tatsächlich überhaupt nicht was, Daniel. Ja gut, was, was halt noch so ein nettes Feature ist. Du kannst, diese. To-Do-Listen. Diese Listen. Ja. Einkaufslisten erstellen, ja. Du kannst Einkaufslisten erstellen. Du kannst, äh, sagen, okay, also To-Do-Listen und Einkaufslisten sind zweierlei, ne? Du kannst sagen, schreib mir Gurken auf die, auf die Einkaufsliste oder, ähm, To-Do-Liste für Freitag Fenster putzen. Ja, ich habe aber, also weder die eine noch die andere Funktion bisher ausprobiert. Ja, ja, die To-Do-Liste finde ich eigentlich ganz witzig. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Ähm, wir können das ja mal spaßhalber antesten, wie sich sowas anhört für Leute, die das vielleicht wirklich nicht kennen. Wenn du jetzt so ein Gerät zu Hause hast und willst jetzt halt wirklich wissen, wo bleibt deine Amazon-Bestellung, dann könntest du zum Beispiel sowas sagen wie, Computer, wann kommt meine Bestellung? Ein Paket aus Daniels gestern aufgegebener Bestellung sollte am Dienstag, dem 3. November zugestellt werden. Enthält DVDs. Genau, das ist halt der Punkt, wo ich mich dann gewundert habe, weil normal habe ich Blu-Rays bestellt und keine DVDs, aber sei mal dahingestellt. Nettes Feature auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also langsam, glaube ich fast, haben wir so das Gerät schon ganz gut abgefrühstückt, oder? Was meinst du? Mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein, was wir ausgelassen haben. Ich denke, wir könnten noch ein Fazit ziehen. Ja. Meins ist durchaus positiv, ja, die paar Mängel, die ich persönlich finde, die das Gerät hat, beziehungsweise die, ähm, Amazon hat, wie auch immer man das nennen möchte, die sind okay. Ja, es, ähm, tut dem Ganzen aber keinen Abriss. Also, wenn ich 5 Sterne vergeben könnte, würde ich 5 vergeben, tatsächlich. Ja, ich würde sagen, für das fehlende Webinterface gebe ich nur 4,5. Du Nerd. Nein, alles in allem, echt ein cooles Gerät. Wie gesagt, ich hatte auch lange hin und her überlegt, es gibt ja diesen, ähm, Eco Show heißt der, glaube ich. Der mit dem Display, ne, da kannst du dir Rezepte drauf anschauen und lesen, vorlesen lassen, solche Sachen. Ja, da habe ich, da habe ich lange hin und her überlegt und zwar ein Freund von mir, der hat so ein Gerät. Ich glaube, der hat ein Eco Show 5, wenn mich nicht alles täuscht. 5, glaube ich, deswegen, weil das Display dann 5 Zoll hat. Dann gibt es, glaube ich, noch ein 8er und ein 10er, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Die haben auf jeden Fall, ich meine, das hängt mit den Displaygrößen zusammen. Und, ähm, da habe ich mich halt auch gefragt, äh, macht das jetzt Sinn? Ich meine, das Ding hängt ja auch am Strom und WLAN und so, okay. Ja, aber ansonsten leuchtet da jetzt so in der Regel auch nichts. Aber wenn die ganze Zeit das Display da an ist, ich meine, Stromverbrauch wird jetzt nicht so immens hoch sein, alles okay. Aber macht das jetzt Sinn, dass da die ganze Nacht der Wetterbericht leuchtet? Wobei, du kannst das Display wohl auch ausschalten und dimmen und machen und tun, auch alles in Ordnung. Da habe ich lange überlegt, holst du dir jetzt so eins? Aber wenn du gerade sagst, man kann sich dann auch Rezepte anzeigen lassen, vielleicht wäre das für eine Frau, vielleicht wirklich interessant, was weiß ich, Kuchenrezept, keine Ahnung. Ähm, wäre vielleicht auch eine Überlegung. Aber ich denke, die Geräte werden in naher Zukunft bestimmt immer noch besser werden. Wir haben ja jetzt auch schon gemerkt, jetzt, wo auch gerade die vierte Generation rausgekommen ist, die Stimme hat sich ein bisschen angepasst, ne? Da hast du eine Erklärung für, die ist heller geworden, klingt jetzt, wie sagst du? Weiblicher. Natürlich, weiblicher. Also sie klingt weiblicher, sie klingt natürlicher, sie klingt, wie habe ich es vorhin gesagt, echter. Sie klingt jetzt halt wie eine Frau so klingt und nicht so, ja, computeranimiert, obwohl sie es ja immer noch ist. Ja, das stimmt. Ja. Ja, ist halt, die Stimme ist niedlicher, so. Niedlich. Ja, doch, niedlicher. Ja, ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast, sie kann es ja noch nicht bei allem. Ähm, im Moment ist es, also zumindest bei unserer Echo so, es ist ein Wechsel. Ähm, mal redet sie in der alten und mal mit der neuen Stimme, ein bisschen verwirrend, aber ich denke, das gleicht sich jetzt über die nächsten Wochen wohl an. Ja, ich denke auch. Also sie kann ja auch nicht nur sprechen, ne? Ja, sie kann auch singen. Sie kann anscheinend auch beatboxen. Computer, kannst du beatboxen? Computer, stopp. Ja, also wir haben hier schon ein kleines Multitalent, oder? Irgendwie schon, ja. Also sie kann singen, aber sie, sie kann nicht backen und sie kann auch nicht kochen. Noch nicht. Und meine Wäsche möchte sie auch nicht bügeln. Das weiß ich nicht. Ja, ich meine, Fragen kann man tatsächlich ja echt alles, aber manche Sachen möchte sie einfach nicht. Das ist okay. Das ist jetzt auch, wir haben ja heute Halloween, ne? Noch ist Halloween. Noch ist Halloween, ja. Da wäre dann so eine Frage wie, Computer, gibt es Gespenster? Gespenster und Geister gibt es meines Wissens nur in Märchen und Geschichten. Ja, das finde ich ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ziemlich cool eigentlich, weil du hast, früher war das so, du wolltest irgendwas wissen, hast dein Smartphone genommen, hast vielleicht mit OK Google oder so, hast du noch irgendwie was gefragt oder hast es wirklich noch händisch eingegeben und jetzt, egal wo du bist im Raum, auch wenn du auf dem Sofa liegst und du hast gerade irgendeinen Gedanken, ja, du möchtest jetzt unbedingt wissen, wie hoch ist eigentlich der Eiffelturm, ja? Computer, wie hoch ist der Eiffelturm? Der Eiffelturm ist 300 Meter hoch. Ja, das ist ja egal, wo du bist, du hast immer Zugriff auf Wissen und ich finde, das ist so ein Ding, da wird sich, ja, die Sprachsteuerung irgendwie doch durchsetzen, oder? Was meinst du? Ja, aber wir werden auch fauler, es ist einfach so, du sagst, früher haben wir ein Smartphone genutzt, nein, früher haben wir ein Lexikon benutzt, wir sind aufgestanden, wir sind an den Schrank gegangen, haben ein Buch rausgenommen, haben drinnen rum geblättert und das Wort gesucht, um dann festzustellen, oh, Eiffelturm, der, Maskulin, steht in Paris und ist 300 Meter hoch. Ja. So, da haben wir tatsächlich, ich sag jetzt mal, fünf Minuten für gebraucht, um das rauszufinden, weil wir es rausfinden wollten und heute fragen wir den Echo, ich sag wieder Echo, ne? Oder den Echo Dot einfach, hey, wie hoch ist der Eiffelturm? Und die sagt 300 Meter. So, also ja, wir werden auf der einen Seite kriegen wir mehr Wissen, schneller vermittelt, auf der anderen Seite werden wir auch fauler. Das ist so. Ja, könnte, könnte stimmen. Aber andersrum ist ja wieder der Effekt, wenn du was hörst, kannst du ja nebenbei noch was anderes machen, weil du hast halt die Hände frei. Vielleicht, gut, der eine oder andere wird vielleicht fauler dadurch, aber dann wird es auch wieder Leute geben, wie meine Wenigkeit, die halt währenddessen irgendwas anderes machen und einfach nur das Wissen dann so nebenbei abrufen und aufsaugen, wie so ein Schwamm oder so, keine Ahnung. Ja, das wird es auch immer geben. Ja, okay. Behaupte ich jetzt mal. Doch, so Leute gibt es und es sind nicht alles Nerds. Das stimmt. So ein richtiger Nerd bin ich gar nicht. Ich glaube, ich bin eher mehr der Typ Geek, oder? Nerd. Ich bleib einfach dabei. Pass auf. Computer, was ist ein Geek? Das Wort Geek hat folgende Bedeutungen. Eins. Jemand mit schwachen sozialen Fähigkeiten, häufig in Verbindung mit hoher Intelligenz. Zwei. Personen, die sich gerne mit Technologie, Computern und neuen Medien beschäftigt. Und drei. Personen, die sich bevorzugt. In gewisser Weise obsessiv und kritisch mit Themen auseinandersetzt, die abseits des Mainstreams stehen. Das mit dem sozialen Sprach haben wir jetzt einfach überhört. Vielleicht bist du ein Niek. Oh Gott, gut. Halb Nerd, halb Geek. Oder so. Halb Nerd? Okay, wir haben eine Wortschöpfung. Ich muss mir das aufschreiben. Hashtag Niek. Ja? So oder so ähnlich könnte das heißen. Ein Niek. Alles klar. Ja, themenmäßig. Ja, wie gesagt, die App haben wir durch. Ich würde sagen, Kaufempfehlung auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir verlinken euch das natürlich auch in den Shownotes, das Gerät. Und ich denke, also bin ich, oder? Niek. Ja. Was auch schön ist, sind solche Sachen wie Computer. Wann flog der erste Echo gegen die Wand? Noch ist kein Echo gegen die Wand geflogen. Das liegt bestimmt an deinem und meinem umwerfenden Sinn für Humor. Ja, daran kann es eigentlich nur liegen. Eigentlich, dem ist nichts hinzuzufügen. Oder entgegenzusetzen. Wie auch immer. Nein. Das ist wirklich so. Ich würde vorschlagen, wir kommen so langsam Richtung Ende für diese Episode. Wärst du denn interessiert, dass wir das irgendwann nochmal fortsetzen? Ja, wir können das gerne nochmal wiederholen. Wenn du mich nochmal einladen möchtest, dann gerne. Ja, ich denke doch, oder? Wie gesagt, da das ja vor vier oder fast fünf Jahren schon mal nicht geklappt hat mit unserem Podcast, bin ich so ganz froh, dass wir es heute zustande bekommen haben. Ich sehe nämlich gerade, wir haben jetzt irgendwie schon fast eine Stunde, 25 Minuten voll. Und das wird sonst zu lang. Und dann hört sich das nachher keiner mehr an. Man kennt das ja. Ja, oder zumindest nicht bis zum Schluss, ne? Ja, okay, dann. Ja. Ja. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Danke schön. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns, sehen uns halt. Wir haben ja nebenbei noch diesen Videochat am Laufen. Ja. Dann irgendwann hoffentlich die Tage, die Wochen, die Monate, wie auch immer nochmal wieder. Und wir werden auf jeden Fall das Thema Echo noch ein bisschen austesten. Und vielleicht haben wir dann noch die ein oder anderen coolen Sachen für euch, die wir euch dann noch mitteilen können. Wie gesagt, wir sind ja noch am Anfang. Du hast das Gerät auch erst seit diesem Jahr, ne? Das ist richtig. Genau, Anfang des Jahres habe ich mir, ja, die dritte Generation, der war dann noch gar nicht lieferbar, vorbestellt und, ja, ausprobiert und reinverliebt, könnte man sagen. Ich finde den einfach toll. Ja, 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 ja. Ja, siehste. Deswegen, wir sind ja noch alle blutjung am Anfang und vielleicht habe ich bis dahin auch ein bisschen Smart Home gebastelt und dann können wir da auf jeden Fall ein paar coole Tipps geben, welche Stecker man benutzen kann und wie man das verbindet und wieso und warum und, ne? Genau. Jessie, ich wünsche dir eine gute Nacht. Dankeschön, ebenso. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Danke, danke. Ihr da draußen macht's gut und da bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Computer. Tschüssi Kowski. Bis bald, Ewald. In diesem Sinne, macht's gut. Umgebt euch mit netten Menschen, hört einen guten Podcast und ciao. Tschüssi Kowski. 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 Tschüssi Kowski.